Matti, show me your touch, man. Oh, Junge. Heute ist es endlich wieder soweit. Neue Fußball-Challenge-Freunde versus Matti und Lukas. Schaut euch mal diesen respektlosen kleinen Jungen an. Was ist denn das, Matti? Digga, habe ich dir nicht gesagt, was Lona-Deko anziehen? Was für küssen? Beste feiner der Zeit. Galaktik. Ey, Bestrafung, falls ich verliere, dass ich Waffen küssen muss? Nein, du ziehst es an, egal wie verschwitzt es ist. Und küsst danach. Doch? Heute. Ich kann auch machen. Komm, komm, mach mal. Okay, aber was ist, wenn ich gekündigt werde von Barcelona wegen dir? Ich nehme alles auf mich, ne? Also, ich habe ihn gezwungen dazu. Barca, si lo ven, es su solo es para un video de YouTube, vale? Si, si. Matti, was ist denn aber das? Also, Trikot ist ja okay, aber Beutel? Alamadridi nada más. Lukas ist auch noch am Start, Jungs. Auch U19-Bundesliga-Gespiel, der wechselt jetzt bald in die U23. Matti übrigens, Freunde, wechselt auch zu einem neuen Verein. Das gibt es noch nächste Woche oder so bekannt, wahrscheinlich. Freut mich mega. So, aber wenigstens ich. Ich vertrete hier den richtigen Verein, Jungs. Lionel, Messi hinten drauf. Und wir ziehen uns jetzt erst mal um. Wunderschöne Messi-Schuhe, die müssen mir heute Glück bringen, Jungs. Meine erste Fußball-Challenge, auch mit Messi-Tattoo. Wir müssen heute ein paar Dinger reinhauen, Aja. Christiano-Schuhe müssen wir auch Glück bringen. Sehr vorbildlich, Jungs. Immer schön dehnen, wichtig und richtig. Weil ich es heute richtig ernst nehme, okay? Fehlt mir noch was ganz Besonderes. Der macht ja richtig ernst. Aber treibt nicht. Kapitän, sie werden jetzt am Start, Jungs. Meine Finger, bitte. Heiß. Aber erst mal eine Around the World, ne? Ole! Hast du den gesehen, Alter? 1 gegen 1 hat er auch verwendet? Nein, nein, nein. Nicht 1 gegen 1. Heute keine 1 gegen 1. Das ist eine gute Übung, wenn man das macht. Maxi, würdest du für mich zahlen im Camp Nou, um mich zu sehen? Nicht so wirklich. Mit dem Outfit, Bro? Nee. Echt nicht? Du musst dich erst mal aufwählen. Stell dir vor... Schau mal die Jungs an und schau dich an. Schau mal, gib mir mal den Ball. No, für uns. Stell dir vor... Nein, Mann, Mati, bitte. Ich will doch nur den Ball kurz. Der war durch, gell? Stell dir vor, du bist der Verteidiger, Maxi. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Würde dir keine Angst bekommen, wenn ich so auf euch zulaufe. So. Und dann so. Und dann so. Ole! Mann, Mati. Ich wollte eine Challenge ohne einen Panner. Das zählt ja nicht. Ja, gut. Besser ist es. Maxi, wir müssen dich auch zeigen. Die Leute haben dich vermisst. Der beste Kameramann hat sich heute sogar Zeit genommen wieder für uns. Extra in der Früh, Alter. Ja, um 14 Uhr gefühlt. Ich habe so viele Instagram-Nachrichten bekommen. Ja, Messi vereinslos und so weiter. Jungs, beruhigt euch. Das ist so auf dem Papier. Es gab bei der Copamerika. Er gewinnt das Ding und dann unterschreibt er das. Bei Paris Saint-Germain. Nein. Mitraus. Und dann unterschreibt er ganz in Ruhe den neuen Vertrag. Drei Challenges heute. Der Verlierer muss das Rivalentrikot anziehen und küssen. Mati, wir fangen an direkt mit deiner Spezialdisziplin. Also, 1 gegen 1. Kein 1 gegen 1. Freistüsse. Drei Schüsse. Drei Positionen. Vamos. Schnick, schnack, schnuck. Ach, du willst, dass ich anfangen. Ja, komm, fang an. Erster Schuss. Um rechts. Nein, um links. Nein, nein, doch um rechts. Der war gut, Digga. Für den ersten. Nein. Oben rechts. Ich glaube, der geht rein, Digga. Beide Pfosten, okay. Zweite Position nach links. Komm schon, Jungs. Der ist für euch, Alter. Dafür, dass Messi bei Barca bleibt. Easy gone, Alter. Platziert rein, Alter. In das Ding, Junge. Jawohl, Leute. 1-0. Vamos. Auch sehr, sehr knappes Ding. Wenn der sitzt, gehe ich 1-0 in Führung. Wichtig. Und richtig. Hast du gehört? Richtig. Das ist frech, gell? Chill. Messi. 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 Ohne schnell nachgekommen. Ramos. Ramos, Alter. Ich bin jung. Jetzt Gleichstand, dann stechen. Nichts stechen. Oh, Junge an platten Kreuzen. Ich habe reingelackt, Mati. Jawohl, Alter. Wichtige Führung. Mati ist jetzt unter Druck, die nächsten zwei Challenges zu gewinnen. Vamos. Okay, jetzt Two-Touch. Lukas wirft den Ball auf uns zu. Wir nehmen ihn einmal an und schießen direkt mit dem zweiten Kontakt ab. Kennst du eigentlich Alexis Sanchez? Jo. Ja, okay, Alter. Wer fängt an? Komm. Schlick, schlick, schlick. Jawohl. Ich fang an. Nein. Technische Note, Mati. Mein Name? Ja. Eine 8. Echt? 8-7. Hast du schon noch Kiger angenommen? Weißt du, warum es lag? Das lag daran, dass die Kapitänsbinde runtergerutscht ist. Ich glaube, das sitzt die Jungs jetzt. Mati ist jetzt heiß. Oh, guter Schuss, aber guter Schuss, Digga. Jetzt ich wieder. Komm, Jungs, in Füro. Der war zu schwach, Jungs. Gegen so einen U19-Bundesliga-Keeper geht es nicht. Aber andere mal wieder gut. War okay, ja. Eli Geller, Sydney. Ich bin bereit für euren Verein. Schön, eiskalt, eiskalt. Mies guter Schuss, platziert. Besser geht's nicht. Ich muss ausgleichen. Was denn? Ja, du wischst den Staub ab. Das ist eingerostet, das Verein. Ja, ja, ja. Das Verein, ich! Okay. Drei Kontakte, vier Kontakte, fünf Kontakte. Louis van Karl. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. Ach, Mann. Ich dachte, YouTuber-Bonus. Mehr Kontakte. Egal, Mati, einen für die Ehre. Ja, super. Das ist halt zu gut, ne? Erster Kontakt, sahst du nicht beim letzten? Vamos a la playa. A mi me gusta bailar. El ritmo de la noche. Hola Madrid. Allerletzte entscheidende Challenge. Die korrekten Jungs haben hier uns noch Bälle geholt, auf Ehre. Komm, Junge. Ankara. Ankara, Messi. Ankara, Messi. Oh, schön rüber gespielt, Junge. Eins gegen eins. Komm schon. Ja. Grüße an die Jungs. Die haben gerade eben schon, obwohl sie spielen, bis Kavasa gestrien. Flugball. Oh, Wahnsinn, Mati. Letzte Challenge in five positions. Wir fangen vom Elfmeterpunkt an. Danach rennt man hier, nimmt den Ball. Eins gegen eins auf Torhüter. Von hier einen Longshot zentral. Dann nochmal von hier fast 30 Meter. Auch nochmal ein fetter Longshot. Und allerletzter Volley. Den spiel ich dann Mati zu. Oder halt andersrum. Diesmal aber nur ein einziger Durchgang, ja? Okay. Du entscheidest, wer fängt an? Und du? Bruh. Mati, darf ich von links wegen Rechtshut? Seit fast neun Jahren mache ich YouTube. Ich kann doch jetzt nicht Real Madrid-Trikot anziehen. Das geht nicht. Ich schwöre mein Herz. Ich trinke mich an, Junge. Ich habe Angst. Sicher, jawoll, Digga. Let's go. Ich wollte lupfen, Digga. Ah, Digga, Mann, nur die Schärfe. Komm, der Volley sitzt einfach am Ende. Mann. Lauf vor, lauf. Ja. Richtig und richtig, Junge. Voll ein Risiko. Mati ist dran. Er muss zwei Dinger toppen. Ich habe eins gegen eins gechokt. Sicheres Tor. Ah, okay, komm. Lukas, auf geht's. Ah, sicher. Komm, Lukas. Ich habe schon gewonnen, aber den Volley hau ich auch noch rein. Digga, so gebrochen, Alter. Passt schon mal schön an, so. Mit Liebe, mit Liebe. Mit Liebe, dann überlege ich mir. Glückwunsch, Mati. Ich bin dein Mann. Ich ziehe es jetzt durch. Von Fairplay, ich ziehe auch einfach an. Echt, oder was? Ja, normal. Aber bei dir ist es nicht so schlimm wie mit mir, Digga. Das fremd schon. Bin ich das Messie, ob ich den mag. Seitengewechselt. Steht dir? Ich habe jetzt wenigstens die Binde noch angezogen, damit ich nicht ein bisschen stolz bleib. Jungs, hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem weiteren Karriereweg. Danke. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Haut rein und visca Barca.